Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Zweitliga-Prognose des 17. Spieltages. Die Hinrunde findet ihr Ende. Darmstadt ist ja schon vorzeitig Herbstmeister geworden. Und natürlich geht es jetzt auch für alle Teams darum, sich eine gute Ausgangslage für die Rückrunde zu erarbeiten. Denn nach diesem Spieltag ist ja erstmal die lange Winterpause bis Mitte Januar sehr, sehr ungewohnt für die ganzen Vereine. Natürlich gilt es da dann eben auch diese Phase sehr gut zu nutzen. Und da schadet es logischerweise nicht, an diesem Wochenende nochmal drei Punkte mitzunehmen. Und auch dieser Spieltag verspricht schon wieder einiges an Spannung. Am Freitagabend empfängt Fortuna Düsseldorf den 1. FC Kaiserslautern. Zwei Teams, die 26 Punkte auf dem Konto haben, im Wartenaufstiegsrennen mit dabei sind. Und natürlich jetzt eben auch nochmal drei Punkte holen wollen. Parallel empfängt Holstein Kiel Hannover 96 auch zwei Mannschaften, die im erweiterten Aufsteigerfeld mit dabei sind. Hannover durch den Sieg gegen Düsseldorf deutlich näher als Kiel nach dem Remis gegen St. Pauli. Aber das sind zwei gute Mannschaften. Gute Mannschaften wären der Karlsruher SC und der FC St. Pauli auch gerne. Aber beide haben große Probleme. Karlsruhe 13. St. Pauli 15. Die beiden Mannschaften trennen nur einen Punkt und sind minimal davon entfernt, auf einem direkten Abstiegsplatz abzurutschen. Deswegen natürlich ein sehr, sehr enges, spannendes Duell. Der Hamburger SV hat gegen Greuther Fürth verloren, ist damit über den Winter auf jeden Fall nicht erster. Das ist schon mal klar. Aktuell aber zweiter, wenn man sicherlich zufrieden sein kann. Und jetzt kommt mit Sandhausen eine Mannschaft, die zwar auf Platz 16 steht, aber ja schon oft genug gezeigt hat, dass sie genau in solchen Duellen da sein kann. Heidenheim, Tabellendritter, spielt eine richtig gute Saison, könnte auf Platz 2 springen. Empfängt Jan Regensburg, die ja im Mittelfeld der Tabelle stehen, aber auch nur drei Punkte weg sind von Platz 17. Da ist natürlich Heidenheim der Favorit. Das Topspiel der Woche am Samstagabend bestreiten Braunschweig und Rostock, Tabellenelfter gegen Tabellenzwölfter. Und was erstmal nach einem langweiligen Mittelfeld-Duell klingt, ist überhaupt nicht so. Denn beide Teams sind nur zwei Punkte vom Platz 17 entfernt. Allein das erklärt die Spannung in diesem direkten Duell. Am Sonntag empfängt der 1. FC Nürnberg den SC Paderborn. Und damit haben wir zwei Mannschaften, die die letzten Wochen durchaus ihre Probleme hatten. Paderborn, der mit einem überragenden Saisonstart die letzten Spiele, aber Probleme gab. Deswegen erstmal abgerutscht auf Platz 5. Auch spielerisch fehlt gerade so ein bisschen die Leichtigkeit. Und Nürnberg auch unter Markus Weinzierl mit Problemen. Sie kommen nicht unten raus. Stehen auf Platz 17 mit 16 Punkten, auch nach dem Unentschieden in Rostock. Der Tabellenführer aus Darmstadt empfängt Greuther Fürth. Und der Bundesliga-Absteiger war ja vor ein paar Wochen noch auf Platz 17, auf Platz 18 unterwegs. Und ist jetzt unter die ersten Siege unter Zorniger auf Platz 9 geklettert. Und es gab ja die drei Siege in Folge. Und das ist natürlich so ein Selbstvertrauensschub. Und jetzt fährt man eben zu den Lilien und will auch dort wieder was mitnehmen. Abschließend war dann noch Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Magdeburg. Das ist Abstiegskampf pur mit 18. gegen 14. Drei Punkte trennen gerade mal die Mannschaften. Bielefeld kommt mit Schwung aus dem Paderborn-Spiel, wo man gewinnen konnte. Magdeburg hat gegen Darmstadt am Donnerstagabend verloren. Und will natürlich jetzt auch noch vor Weihnachten den 14. Platz verteidigen. Damit steckt sehr viel drin in diesem Spieltag. Und jetzt gibt es meine neun Tipps. Und logischerweise legen wir auch an diesem 17. Spieltag chronologisch durch am Freitagabend. So ist es richtig. Mit Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Kaiserslautern. Beide Mannschaften 26 Punkte. Beide Mannschaften nur vier Punkte vom Platz 3 entfernt. Und somit könnte man meinen, dass beide Mannschaften sehr zufrieden sind. Aber ich glaube, bei beiden merkt man eben auch an, dass gefühlt teilweise auch ein Ticken mehr drin ist. Bei Düsseldorf ist das logisch. Man sieht sich mit dem Kader auch im Aufstiegsrennen. Und rein individuell ist man sicherlich auch ähnlich stark wie Hannover, Heidenheim oder Paderborn. Aber die Leistungen sind ein bisschen zu schwankend. Zuletzt gab es ja auch die 0 zu 2 Pleite in Hannover. Kaiserslautern hingegen ist ein Aufsteiger. Und wenn du als Aufsteiger nach 16 Spielen schon 26 Punkte hast und 7. bist, dann kannst du vollkommen zufrieden sein. Aber auch dort gab es eine kurze Phase von Spielen, wo man schon so dachte, die Mannschaft kann auch nochmal ein bisschen mehr Spielglück. Und jetzt gab es den Derbysieg gegen den Karlsruher SC, was natürlich richtig gut tat. Deswegen vom Gefühl, vom Empfinden her ist vielleicht sogar der 1. FC Kaiserslautern leichter Favorit. Zumindest wenn es eben vom Selbstvertrauen her geht. Aber natürlich hat auch Düsseldorf eine unglaubliche Qualität. Und ich glaube, das wird sich am Ende ausgleichen. Und somit gibt es ein 2 zu 2 Unentschieden. Holstein Kiel gegen Hannover 96 ist auch ein Duell aus dem oberen Bereich. Kiel ist Achter mit 24 Punkten, Hannover Vierter mit 27 Punkten. Und 96 hat sich ja peu a peu gesteigert. Jetzt auch durch den Sieg gegen Düsseldorf. Nur 3 Punkte weg von Platz 3, nur 4 Punkte weg von Platz 2. Und das beschreibt natürlich schon ganz gut, dass es vollkommen in die richtige Richtung geht. Bei Holstein Kiel ist es meiner Meinung nach ähnlich wie bei Fortuna Düsseldorf. Manchmal spielen sie richtig guten Fußball, gewinnen Spiele souverän. Und manchmal läuft eben dann relativ wenig zusammen. Gegen St. Pauli gab es jetzt 0 zu 0 Unentschieden, was ja erstmal prinzipiell okay ist. Aber damit kommt man dann nicht so richtig voran. Was aber auch nicht zwingend schlimm ist, weil man sich sicherlich jetzt nicht unter den Top 3 zwingend sieht. Aber natürlich ist dieses Jahr schon was möglich, weil es eben unter den ersten 8 schon relativ eng ist. Und unter diesen ersten 8 stehen beide Teams. Und ich glaube Hannover wird den Schwung mitnehmen. Und sie gewinnen in Kiel mit 1 zu 0. Karlsruhe gegen St. Pauli. Und da haben wir natürlich jetzt einen harten Cut vom Aufstiegskampf zum Abstiegskampf. Denn Karlsruhe ist 13. St. Pauli ist 15. 1 Punkt trennen die beiden Mannschaften. Und alleine St. Paulis Platzierung zeigt ja mit 16 Punkten. Man ist punktgleich mit Platz 16 und Platz 17 und 2 Punkte weg von Platz 18. Wie gefährlich diese Situation auch einfach ist. St. Pauli steckt ja von Anfang an unten drin. Sie kommen auch nicht so richtig raus. Karlsruhe ist ja peu a peu auch da reingerutscht. Man war auch noch vor ein paar Spieltagen an der Stelle, wo auch ich gesagt habe, es kann in beide Richtungen gehen. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Power. Auch natürlich was die Ergebnisse angeht. Rutscht du oben rein. Und mal im genauen Gegenteil. Rutscht du unten rein. Und das ist bei Karlsruhe passiert. Erst recht natürlich durch die Pleite gegen Kaiserslautern. Trotzdem werden sie aufstehen. Ich sehe bei St. Pauli durch die Winterpause, durchs Transferfenster Chancen unten rauszukommen. Aber eben noch nicht. Jetzt an diesem Wochenende der KSC gewinnt mit 2 zu 1. HSV gegen Sandhausen. Das ist natürlich ein typisches Duell in dieser 2. Liga, wo alle auf den ersten Blick erstmal sagen, jo, das macht Hamburg. Auf dem zweiten Blick aber auch viele sagen, jo, da kann man als HSV auch schon mal ordentlich stolpern. Denn Sandhausen ist genau für solche Spiele gemacht. Der HSV hat die letzten Spiele durchaus Probleme, was die Punktausbeute angeht. Jetzt gab es ja auch die Pleite gegen Kreuter Fürth mit dem 0 zu 1. Man ist immer noch Zweiter, hat 31 Punkte nach 16 Spielen, was eine vollkommen mehr als gute Ausbeute ist. Das ist eine Quote, mit der du am Ende aufsteigen wirst. Aber natürlich sieht man auch an Darmstadt, dass es eine Mannschaft gibt, die es einfach nochmal besser macht. Bei Sandhausen ist es halt eigentlich wie immer. Man steht auf Platz 16 nach 16 Spielen mit 16 Punkten. Das ist eine Quote, die wahrscheinlich ausreichen wird, um so gerade nicht abzusteigen. Unter der Woche gab es ja dieses wilde 3 zu 4 gegen Heidenheim. Und Sandhausen fühlt sich auch so ein bisschen wohl in dieser Rolle, dass man halt unten mit dabei ist, aber spätestens am 34. Spieltag auf Platz 15 oder höher springt. Deswegen wissen die auch ganz genau, worauf es ankommt. Jetzt auch gegen den Hamburger SV. Trotzdem glaube ich, dass der HSV jetzt zum Abschluss dieser Hinderung nochmal seine Qualität zeigen wird. Und am Ende gibt es ein 3 zu 1 Heimerfolg. Über Heidenheim haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Es gab den wilden 4 zu 3 Sieg am Hartwald. Und das bedeutet aktuell Platz 3 nur einen Punkt hinter den HSV. Regensburg hat unentschieden gespielt gegen Braunschweig. Steht damit erstmal auf Platz 10, was ja erstmal eine gute Platzierung ist. Aber man ist halt auch nur 3 Punkte weg von Platz 17. Jetzt spielt man bei sehr heimstarken Heidenheimern. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil auch die Konkurrenz von unten kommt. Denn man wird verlieren. Heidenheim gewinnt mit 2 zu 0. Braunschweig gegen Rostock sind 2 Mannschaften, die sich in einer ähnlichen Tabellenregion befinden wie Regensburg. Rein vom Platz her. 11 und 12 vollkommen okay. Da würde man sich glaube ich sehr, sehr gerne auch am Ende sehen. Von der Punkteausbeute halt nur 2 Punkte weg von Platz 16 und 17. Rostock hat ja den Trainer gewechselt. Im ersten Spiel gab es das 1 zu 1 gegen Nürnberg. Was sicherlich erstmal okay war. Und wo man auf jeden Fall mit arbeiten kann. Braunschweig hatte in den letzten Wochen ohnehin gut gepunktet. Unter der Woche gab es auch ein 1 zu 1 gegen Regensburg. Somit sind das 2 Mannschaften, die sich wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau begegnen werden. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass durch Glöckner als neuen Trainer Rostock ein paar Impulse bekommt, die sie jetzt auch kanalisieren können für dieses eine Spiel. Und deswegen werden sie 3 Punkte in Braunschweig holen und gewinnen mit 2 zu 1. Nürnberg gegen Paderborn ist natürlich von den Vereinsnamen her erstmal ein Duell. Zwei Mannschaften, die man durchaus auch oben sieht. Und natürlich jetzt aber auch ein Duelles, was unglaublich interessant ist. Der Nürnberg kommt überhaupt nicht in den Tritt. Auch nicht unter Markus Weinziel. Man ist aber im 17. Hat jetzt gegen Rostock unentschieden gespielt. Paderborn eigentlich ganz anders. Man spielt eine richtig starke Saison. Aber hat eben auch die letzten 3, 4 Spiele Probleme gehabt. Erst recht so ein bisschen durch die Pleite gegen Hamburg. Jetzt auch die Pleite gegen Arminia Bielefeld. Das ist alles aktuell nicht ganz so perfekt, wie es zur Saisonstart war. Trotzdem steht man auf Platz 5 und immer noch richtig gut da. Jetzt fährt man nach Nürnberg. Ich glaube, das wird ein Duell, wo beide Teams auch sehr viel Respekt vom anderen haben. Weil man eben weiß, was passieren könnte, wenn man verliert. Man verliert nochmal mehr Punkte und nochmal mehr natürlich auch an Selbstvertrauen. Und somit gibt es hier, glaube ich, am Ende ein unentschieden 1 zu 1. Darmstadt gegen Greuther Fürth wäre rein tabellarisch gesehen, ich glaube, vor ein paar Wochen noch eine klare Sache gewesen. Darmstadt von Anfang an oben mit dabei. Sind jetzt auch schon Herbstmeister geworden auf Platz 1. Und Greuther Fürth war vor ein paar Spieltagen noch ganz klar 16., 17., 18. Aber seit dem Alexander Zorniger da ist, gab es Siege. Gab es 1 zu 0 Siege zuletzt eben auch gegen den Hamburger SV. Und man ist erstmal auf Platz 9 geklettert. Das sieht natürlich alles wunderbar aus. Man ist aber auch hier nur 3 Punkte weg von Platz 16 und 17. Und das ist natürlich auch nochmal ein klares Statement für diesen unglaublich krassen Abstiegskampf, der einfach mal 10 Teams beinhaltet. Natürlich ist aber auch klar, dass die Formkurve für Greuther Fürth spricht. Ich glaube auch daran, dass sie gegen Darmstadt eine Chance haben, was mitzunehmen. Es gibt zwar keinen Sieg, aber es gibt eine Punkteteilung 2 zu 2. Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Magdeburg ist ja ein Duell eines Bundesliga-Absteigers gegen einen Drittliga-Aufsteiger. Besser gesagt, einfach gesagt, Absteiger gegen Aufsteiger. Und das ist ja normalerweise eine klare Sache. Der, der aus der Bundesliga kommt, ist der Favoriten über dem, der aus der Dritten Liga kommt. In dem Falle ist das wahrscheinlich auch so, zumindest durch den letzten Spieltag, weil Bielefeld gewonnen hat gegen Paderborn und Darmstadt hat eben gegen Magdeburg gewonnen. Sprich, der FCM hat verloren, aber rein tabellarisch ist Magdeburg besser. Man steht auf Platz 14, 17 Punkte nach 16 Spiel, ist nur echt okay und gute Ausbeute. Bielefeld enttäuscht halt komplett auf Platz 18 mit 14 Punkten. Aber natürlich war allein deswegen der Sieg gegen Paderborn unglaublich wichtig, um zumindest mal an Nürnberg, Sandhausen und St. Pauli dran zu sein. Und ich glaube, dass Bielefeld diesen Schwung mitnehmen kann, mitnehmen wird und sie werden gegen Magdeburg gewinnen, knapp mit 1 zu 0. Und somit sind das meine 9 Tipps für den 17. Spieltag. Und dann sehe die Tabelle nach der Hinrunde so aus. Darmstadt ist und bleibt Herbstmeister, das steht so oder so schon fest. Der HSV und Heidenheim würden ihre Tabellenplätze erst recht verteidigen. Hannover wäre nah dran, Paderborn, Düsseldorf und Karlslautern im erweiterten Feld. Kiel wäre dann erstmal souverän auf der 8, so zwischen diesen beiden Tabellenregionen. Denn ab dann hätten wir Abstiegskampf. Rostock mit 21 Punkten hätte eine richtig starke Ausbeute, damit würdest du die Klasse halten. Ist aber auch nur 5 Punkte weg vom Platz 18. Bielefeld würden sie natürlich im Abstiegskampf neben Nürnberg den großen Sprung machen. Aber auch hier sehen wir ja, wie eng diese ganze Geschichte ist. Und deswegen freue ich mich so oder so, egal wie dieser Spieltag endet, extrem auf die Rückrunde. Der Abstiegskampf wird glaube ich ultra spannend sein. Auch im Aufstiegskampf kann sich noch ein bisschen was verändern. Auch da bleibt es spannend und deswegen freue ich mich einfach auf diese zweite Liga. Eure Meinung zum Spieltag und eure Tipps könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.